Entschuldigen Sie, ich brauche ein paar edle, teure Flaschenwein. Ich möchte meine Kinder ein wenig beeindrucken. Das ist nichts für Kinder. Jedes Jahr kommen Franks Kinder zu Weihnachten nach Hause. Dad, ich komme hier dieses Wochenende nicht weg. Aber dieses Jahr sagen sie alle ab. Wir schaffen es dieses Wochenende nicht. Doch keiner sagt warum. Tut mir leid, Dad. Um die Wahrheit zu erfahren, muss man manchmal sein Haus verlassen. Sie haben alle auf den letzten Drücker abgesagt, deswegen werde ich Sie jetzt überraschen. Ich will meinen Sohn besuchen. Sehr schön. Wissen Sie, was er macht? Ich habe keine Ahnung. Danke, der Nächste. Was halten Sie von meiner Arbeit? Sie gucken die ganze Zeit drauf. Der Draht? 1000 Meilen habe ich davon jede Woche gemacht und alles für meine Kinder. Meilenweise Draht, damit aus Ihnen was wirkt. Oh mein Gott. Bist du gewachsen? Komm rein, Grandpa. Der hat ja einen Griff. Klar doch, und wollen auch. Ich glaube es nicht. Überraschung. Was machst du denn hier? Ich möchte meinen Sohn besuchen, den Dirigenten. Hi, Dad. Wohnst du hier? Nein, dies ist ein Fahrstuhl. Sehr gut. Gar nicht so einfach mit Stäbchen. Du machst dich über mich lustig. Du bist ja auch lustig. Sehr lustig. Eine ungeplante Reise. Ich habe nie gesagt, dass ich Dirigent bin. Aber zu Trommel, was soll das heißen? Was verheimlicht ihr alle vor mir? Ich weiß nicht, was ich mit ihm reden soll. Kamen zur rechten Zeit für die Familie. Eurer Mutter habt ihr immer alles erzählt und mir nie was. Wir haben dir nur die schlechten Neuigkeiten erspart. Erzählt mir von jetzt an auch die schlechten. Du kannst sagen, was du willst, aber du bist nicht stolz auf mich. Das stimmt nicht. Manchmal nehme ich den Hörer, um sie anzurufen und dann fällt es mir wieder ein. Ruf nächstes Mal ruhig an. Die Nummer ist noch dieselbe und ich werde auch rangehen. Okay. Hast du dich ausgeschlossen, Süße? Mein Sohn wohnt hier und ich warte auf ihn. Willst du mein Bein sehen? Wollen Sie meins sehen? Wir alle um einen Tisch versammelt. So wie früher zu Weihnachten. Noch mehr, näher zusammen. Hey, was? Mist. Robert De Niro. Drew Barrymore. Kate Beckinsale. Sam Rockwell. Wenn ihr glücklich seid, bin ich stolz auf euch. Egal, was ihr macht. Everybody's fine. Wirklich? Wirklich. Okay.